Da, die Kamera wird wieder verschwommen. Ich werde mit dem Handy die Zugruf gar nichts mehr auf, der keine Aufnahme macht, gar nichts mehr. Es sieht nur noch verschwommen auf, hast du es bei dem Mond gesehen, bei dem Mondaufgang gesehen. Ich bin sowas von enttäuscht, richtig enttäuscht. Ich werde Geld sparen für ein richtig sehr gutes Handy, ohne dass die Kamera, wie nennt sich das, am Spanken ist. Ohne dass die Kamera dauernd kaputt geht. Weil ihr bekommt es vor, als ob bei der Kamera kaputt ist. Guck, du kannst die Sterne nicht mehr erkennen, wenn er auf da wird gar nicht mehr. Und er lässt sich eh so schwach am leuchten. Kannst du kaum erkennen. Leuchten ja auch nicht so stark die Sterne. Ist ja auch kein Wunder. Hier kann ich da oben einen ganz leichten Stern erkennen, aber auch verschwommen. Auch geknickst. Das funktioniert halt nicht mehr. Kommt das heute oder morgen mit Post an, mit dem Altdienstaggeschenk. Ist vernünftig. Also, derjenige will es nicht verraten, die Information, richtig? Nein. Du kriegst das richtig? Nein. Wird es nicht verraten, richtig? Nein. Gut. Lass jetzt bitte zu, was ich sage. Nein. Der mich schon sehr lange liebt tut. Der mich schon sehr lange geliebt hatte, richtig? Richtig? Ich weiß es nicht. Es ist eine Überraschung und ich weiß es nicht. Mehr weiß ich nicht. Kommt heute oder morgen. Es kommt aber auf jeden Fall an. Ich soll das nicht nach Hause. Ich wollte nur gefragt haben, ist es einer, der mich schon so lange geliebt tut, der mich schon so lange geliebt hatte? Ja, mit dem du schon drei Jahre zusammen bist. Nicht drei Jahre, ein Jahr meinst du? Nein. Ein Jahr. Nicht drei Jahre. Ich weiß es nicht. So, jetzt kann ich dir zeigen. Das nimmt nichts an. Gar nichts, Bär. Und der scheiß Tierwechsel soll im Schlafzimmer auch weg. Der nervt. Ja, jetzt kommt das gleich in der Tasche. Da, das Bild will nicht mehr scharf werden. Gar nicht, Bär. Ja, dann müssen wir mal gucken, was war. Dann braucht das auch noch oben für dich. Weißt du, das ist so der Opfer Schäbtheit, ist das. Das war schon so teuer. Das ist auch Platz eins. Ja. 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 dröhnen, der wir das zusammen warrior bisschen sagen. !" Das. Was im Schlafzimmer zu machen? Das, was im Schlafzimmer zu machen? Also das was im Schlafzimmer zu machen, also nochmal, nochmal, das was im Schlafzimmer zu machen, das was im Schlafzimmer zu machen, hat bis 20.01, 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 bis 20.01 gedauert, richtig? Mal gucken, da sind wandernende Sternen da oben. Cool, ne? Sieht schön aus, ne? Aber jetzt können wir bedenken, dass es ein Flugzeug ist. Ja, das liegt. Das Bild will nicht wieder scharf werden. Oder in Sanfari. Die können sich auch bewegen. Das Bild wird wieder scheiße, Baba. Ich hab keine Nerven mehr. Ich hab keine Nerven mehr, Baba. Komm rein, wenn's nicht geht. Ich hab keine Nerven mehr. Ich- Nein, die Anzeige hast du dich wegen den Kördich-Koll-Bildern bekommen, das war wegen dem, was sie gedacht hat, dass es den Jungen da, wir nennen es das gestolpelt, wie das heißt. Ja, wegen Stolpeln. Wegen Stolpeln war das gewesen, nicht wegen den Kördich-Koll-Bildern. Die wissen doch, was Kördich-Koll ist, die Eltern von den Jungen. Aber komisch, ne? Der hatte Kördich-Koll-Bilder, ne? Also die Videos, die du mir geschickt hast, ne? Alles gelöscht, ich weiß. Nein, die hat er noch im WhatsApp-Bildern. Nein, ist nicht wahr. Der hat mir gestern Abend geschrieben, dass er alles gelöscht hatte. Die ganzen Bilder, Videos von Kördich-Koll, hat er alles gelöscht. Ich ihm alles geschickt hatte. Hat doch versprochen, gesagt gehabt, er würde sie alle behalten. Er würde sie alle für immer und ewig behalten. Er wäre Fan davon. Er wäre richtiger Kördich-Koll-Fan davon. Und seine Eltern wären auch Kördich-Koll-Fans. Er hat nur zugegeben, gesagt gehabt, seine Eltern wären auch Kördich-Koll-Fans. Er wäre auch selber Kördich-Koll-Fans. Die werden alle da Kördich-Koll-Fans. Die ganzen Leute, da wären alle Kördich-Koll-Fans. Ne? Was bald gar nicht stimmt. Was bald gar nicht so... Wieder versprochen. Was bald gar nicht stimmt. Was bald gar nicht so ist. Warte, bitte. Nicht fertig. Jetzt. Vielen Dank.